Hey, wir sind Corinna und Alex und das ist unser kleines Zuhause auf dem Land. Hier wird in der nächsten Zeit eine ganze Menge passieren. Was wir beim Umbau unseres Hauses so erleben, seht ihr in dieser und weiteren Episoden von Baulärm und Landluft. Oh, das ist aber bündig, so bündig. Das finde ich richtig gut. Das finde ich super. Also, man muss ja schon sagen, unsere Jungs arbeiten flink, stark, effektiv, konstruktiv, schnell, klasse. Was fällt mir noch ein? Sauber, stark. Naja, okay, reicht ja auch. Es kann aber auch mal passieren. Und das nur in den seltensten Fällen, dass ein kleines Malheur passiert. Und so ging es uns bei dieser Riegelplatte, die wir mit Ansatzbinder an eine Wand anbringen wollten. Nämlich an die Treppenwand. Und, tja, wie soll ich sagen, es hat nicht so gut geklappt. Und deswegen wird es jetzt eiskalt. Wickelspäße. Wickelspäße. Zur Not, müssen wir noch mal kurz eine kleine Gallone anrühren. Das könnte hier ein echter, knapper Deal werden. Ja, hau ran, hau ran. Okay, ich hab's. Hast du? Ja. Richtig schön und erfassend. Ja. Hast du? Ja. Gut dran. Soll ich daran kneten, das Ding? Ich bin mehr zu dir drauf. Das sieht schon noch nicht gut aus, aber auch gar nicht mehr so schalten. Kann die dann hier links auch ein bisschen runter? Ja, aber da kann sie ganz viel runter. Schalten wir sie jetzt viel runter, ja. Boah, der flutscht aber rein. Buongiorno, schönen guten Morgen. Oh, ich bin ein bisschen überbelichtet. Besser als unterbelichtet, ne? Was ich euch kurz zeigen wollte. Die Männer haben gestern weitergemacht mit unserer Katastrophenwand. Und die seht ihr hier hinter mir. Das ist ja diese Treppenscheibe, wo praktisch der Neubau mit dem Altbau verbunden werden musste. Und deswegen ist das alles ein bisschen knüffelig gewesen. Bis hier oben sind die jetzt gekommen. Richtig gut. Hier oben seht ihr dann einen Absatz. Diese Wand wird nur mit einmal OSB und einmal Gips verkleidet, sodass hier so ein kleiner Vorsprung irgendwie bleibt. Aber das fanden wir jetzt nicht so schlimm. Das kann man vielleicht auch mit dem hübschen Treppenholz dann irgendwann belegen und dann sieht das auch so aus wie gewollt. Guck mal, hier sind erstmal die Nageldübeln in den verschiedenen Formen. Tisch. Zwei. Zwei. Und Close-up. Kannst du damit nicht arbeiten? Doch. Soll ich das machen? Nein. Du musst auch erzählen was da passiert ist. Nein, darüber will ich nicht sprechen. Ich möchte nicht darüber sprechen was da passiert ist. Es geht los und zwar 12,5 und 19,5 hoch. An den 19,5. Ja. 10,5. Untere Ecke, zweite Treppe. Haut er die jetzt noch zurecht oder? Er schnitt die Treppe dran. So, es geht los. Ja. Untere Ecke, ne? Untere Ecke auf die zweite Stufe gemessen. Ja. Habe ich 42 genau. 19,5. Ja. Und Oberkante Stufe 40 genau. Okay. The next one. Ja. The next one. Ja. Oh, das. Gut. Alles gut. Alles gut. Gut. Alles gut. Gut. Ich halte die Platte. Okay. Ich halte die Platte. Okay. Nein. Nicht in die Kabel. Dring, dring. Wollen wir eh erstmal nach hinten oder was? Ja. Oder anlegen? Nee. Ich will die mal anlegen. Wirst du schon mal anlegen, ne? Ich möchte lösen. Wie sieht's denn aus da so bei dir? Viel weiter zu dir noch. Viel weiter. Ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Das ist nämlich hier mit Witz gemacht. Weil hier kann man sie überall hinterschieben. Und das habe ich auch so geplant. Und jetzt kannst du auch schieben. Ja. Wie, 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 wie? Warte, 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 warte. Dann haben wir irgendwo einen Haker. Hier. Nee. Das ist gar nicht mehr die Platte. Ja. Ja. Ja, das ist es. Jawollo. Hier bist du da im Strich, oder was? Dann müsstest du theoretisch noch ein bisschen hochkommen. Was heißt hochkommen? Ja, wir sind, wir gehen hier... Achso, aus der Waagerechten raus. Ja, das kann ich auch machen. So, es passiert schon. Es passiert schon. Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Ich freue mich immer, wenn ich von dir einen Lob bekomme. Meine ich auch so. Nicht. Kennst du Leute die Zimmer? Ja, die freuen sich dann aber auch noch eine Viertelstunde später, ne? Ich bin immer noch dabei. Ich komme hier nicht raus. Ist mein Talk zwischendurch? Ja. Es ist wieder eine Katastrophe hier, oder? Heute Morgen in der Früh, habe ich mich mit einem kleinen Gummihammer, äh, habe ich mir hier aus Versehen raufgehauen, ne? Das war natürlich eine dumme Aktion. Zumal ja, der Gummihammer auch die entsprechende Größe hat. Naja. Und jetzt ist es hier... Das ist etwas dicker, ne? Ich habe mich selber über mich geärgert, über diese Dummheit. Aber gut, es passiert noch mal. Es passiert auch im Bau. Es passiert auch im Bau. Ja, es passiert auch im Bau. Kann ja auch mal passieren. Es war ja... Ich war heute Morgen als Steinsetzer unterwegs. Da habe ich zwei Reihen gemacht. Dann muss es auch reichen. Hast du für's überhaupt gelaufen? Ja. Ja. Mal sehen. Das heilt wieder. Ich denke auch. Ja. Unten aufsetzen. Unten. Ja. Setz unten auf. Und jetzt noch reinschieben. Wir brauchen einen. Oh. Alles gut, das war's. Alles klar, danke. Irgendwo dahinter sind auch noch Kabel, ne? Ja, da schraube ich ja nicht. Wo sind die denn? Die Kabel müssten ja hier laufen. Ja, genau. Wie sieht's aus da bei dir an? Ja. Das sieht gut aus. Wie weit müssen wir denn noch? Ja. Wait a moment. Das könnte sogar gut passen jetzt oben, ne? Ja. Ich mach mich nochmal nach links und du nach rechts rum. Gut. Ich bin ganz bei dir. Du kannst dir auch immer nur auf den Finger hauen. Mehr nicht. Oder was? Nicht so fies sein. Und zu mir schieben. Gut. Noch ein Stück. Ist auch sehr sauber gemacht. Super. Ja. Was? War das sauber? Uuh, das arbeitet. Wie ist das arbeit? Ey. Ich hab's nicht gemacht. Ich glaube ich hab's nicht gemacht. Ja. Sei jetzt mal ernsthaft, es war wirklich... Sag mal! Es war... Nein, guck mal, ich hab hier versucht, ein Loch zu machen. Du hast doch da was geschnitten. Nein, denn... Nein! Es ist wirklich ganz ohne Witz. Es ist aus Versehen passiert. Heute wird die Katastrophenwand verspackelt. Aua. Oh je je. Ein Kreuzigen, ein Kreuziges. Wie ich jetzt gerade nicht auf Platte. Er hat heute so schlechte Laune. Er hat heute richtig gute Laune. Spachtest du den Dübel mit ein? Ja, super. Alex. Spachtest du den Dübel mit ein? Wo ist eigentlich das Wasser hingeflossen? Welches? Aus dem Pool. Kannst du dazu sagen? Also Alex musste ja heute zum Winter noch mal etwas Wasser aus dem Pool ablassen. Damit der Wasserstand dann dementsprechend auch für die Frosthage so ist, dass da nichts passiert. Also, dass ich diesen Zeitpunkt habe mich auch gefilmt, dann habe ich eben keinen Bock mehr. So, er hat ja dann das Wasser rausgepumpt und er hat den Schlauch in die Akkodrehenrinne reingelegt. Ordnungsgemäß. Ordnungsgemäß in die Akkodrehenrinne reingelegt. In einen Poolabfluss, der aber an der Akkodrehenrinne angeschlossen war. Richtig, gut. Genau. Ja, das ist ja gut so. So. Und dann hat er natürlich, wie er so ist... Laufen lassen. In seinem... Ja. Äh... Offensichtlich eigentlich immer wieder unterbrochen. Was er ja dann sagt aber. So, dann hat er natürlich nach dieser Arbeit, als die Pumpe dann endlich angestellt war... Die nächste Arbeit gemacht. Erstmal sich eine schöne Cola geholt und das Wasser lief und lief und lief. In der Zwischenzeit habe ich die Teichpumpe gekärchert. Ja. Das lief und lief und lief. So. Und irgendwann, nach zwei Stunden, hat er dann festgestellt, dass die Akkodrehenrinne ja gar nicht mehr am Seel angeschlossen war und das Wasser immer fleißig und das Fundament des Hauses gelaufen hat. Und er, als der Dachstuhl oben leichte Schieflage einnahm, da hat er sich daran gemacht, die Pumpe abzustellen. Jawohl. 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 Dann hat er die Pumpe abgestellt. Alexander. Gut gesehen. Halt. Koordinations. Alex, das machst du prima. Bin begeistert. Huuu. 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 Huuu.